hallo liebe leute herzlich willkommen zurück zu gt5 und wir sind hier auf dem offenen meer wir treiben mit trevor dem ungewissen entgegen schiffbrüchig und ja völliger blödsinn wer die letzte folge gesehen hat weiß wir haben hier ein bisschen umfug gemacht aber schien sich eigentlich noch in grenzen denke ich mir das ding hier kneift und es ist auch viel zu warm immer noch für einen kopfhörer aber das soll jetzt nicht das problem sein sondern wir gucken mal auf die map und gucken was wir mit trevor machen können trevor war ich weiss es immer noch nicht auswendig irgendwo war trevor orange haben wir hier noch irgendwo was oranges ja hier oben überall hätten wir noch ein auto ach das ist einfach sein fahrzeug wahrscheinlich wir könnten hier zu michael wo sind wir denn hallo irgendwo müssen wir doch sein auf der anderen seite wir sind nirgends okay halt hier sind wir okay beim tennis wenn wir jetzt hier nee das ist viel zu weit weg wenn wir zu michael wollten jagen möchte ich irgendwie hat auch nicht unbedingt was haben wir hier ein grünes f grün war franklin das ist doch in der nähe wo wir das boot gefunden haben wir gehen mal an land und klauen fahrzeug und dann gucken wir noch mal schnell auf die map guck da kommt man ja fast mit dem jetski schon bis zur strasse hoch geile dinge will auch so eins haben auf dem bodensee dürfte man nicht mal schade die machen zu viel krach ein konvoi transportiert ich weiss ich möchte aber nicht jetzt augmission machen noch nicht oh das wäre hält der sag mal fast hätte er mich überfahren da hinten ist ein sehr nettes nein 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 jetzt aber ja was meinst du genau noch ein paar an die mütze die hat er sich verdient mit uns umfahren leben wir denn noch ja also leben ja ich wollte gucken wegen der gesundheit das ist die falsche richtung denn wir wollen eigentlich hier lang ich muss aber noch mal schnell auf die map gucken cool cabrio sonne also schnell auf die map gucken damit wir hier auch irgendwo hinfahren wo das sinn macht nämlich hierzu das müsste doch minute man aha orange trevor wir sind trevor lasst uns mal hier hindüsen das ist zwar ordentliches stück aber mein gott dann fahren wir auto das ist eh nett und die strecke hier sind wir eigentlich noch nicht wirklich groß gefahren würde ich mal meinen oder täuscht das moment da müssen wir noch einer guten frau helfen das machen wir natürlich glatt wir sind nicht umsonst hinter der strasse wer denn wo denn was denn ja wo denn wer denn ich sehe hier ja wen denn ich sehe hier keine markierung wenn wir jagen verfolgen sollten ich steige mal wieder ein vielleicht kommt dann die markierung 7,4 km ne das ist keine markierung ja wer hat denn hier was gemacht ich steige nochmal aus gute frau wenn sie was wollen von uns oh mein gott sieht die aus wenn die was von uns will müsste sie uns halt auch sagen was sie will nicht nur da ist nix da ist auch nix auf der map vielleicht haben wir es auch vergeigt und es ging zu lang aber ich habe jetzt auch nicht wirklich gerade jemanden wegrennen sehen oder so so wisst ihr was ich habe mich gerade spontan entschlossen nochmal den charakter zu wechseln denn 7,4 km ist mir dann doch zu weit muss ich sagen wir gucken mal schnell nochmal bei michael vorbei denn mit dem haben wir schon lange nicht mehr gespielt oder eher mit uns mal gucken ob der irgendwas schlaues noch zu tun hat der ist gerade was macht denn der aha er chillt hier ein bisschen am fluss ok ähm michael ist oh äh alles miteinander ok martin hey look what have you done what have you done where is she she's safe look i'm gonna find a way to make this right with you that would take some doing ok der amadrazo ist stinkig hier vorne hätten wir wieder ein rennen sollen wir nochmal ein rennen fahren das ist irgendwie mit quad und motorrad das haben wir noch nicht gemacht das ist aber nicht eingezeichnet auf der map ist dann wohl doch nicht für uns ist das unser sohn hier ne anderer hässlicher vogel aber das ist ja schon auch interessant da hat sie ja einfach plötzlich Leute mit ja die ein rennen fahren wollen und wir dürfen nicht mitfahren was ist das ein doofes also wo wollte ich denn jetzt hin hs was ist das blau blau ist michael ok achso das ist dieser militärtransporter der wäre ziemlich in der nähe ok ist das echt das einzige was es noch zu tun gibt hier das kann ich mir fast nicht vorstellen wir könnten höchstens noch Fallschirm springen mit franklin das wäre noch eine eine ideene option oder hat franklin irgendwas offen hier ist wirklich nichts mehr blau also ausser eben hs der militärtransporter müssen wir nochmal wechseln dann gehen wir kurz zu franklin gucken was der macht denn ich möchte jetzt hier nicht Missionen verpassen also Missionen auch so die Seitenmission halt nicht wirklich verpassen wenn es nicht unbedingt sein muss der ist wohl zu Hause na och ja das muss halt auch manchmal sein selbst wenn man in so einer riesen Villa wohnt da haben wir noch äh weil wir brauchen doch kein Madpack komme ich hier raus er schleicht wieder ok hier draussen bewegt er sich wenigstens da hinten ist das Hundefiech ähm schnell gucken mhm 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 franklin grün hier haben wir noch was und hier haben wir Leicester wir fahren mal zu Leicester das schaffen wir in einer vernünftiger Zeit nein ach so doch ein Haufen ja ich wollte gerade ich dachte another turn im Sinn von mit dem spazieren gehen ah Motorrad Motorrad ok wir nehmen natürlich das Motorrad und fahren mal zu Leicester gucken. Das müssen wir in einer angemessener Zeit schaffen. Vor allem wenn ich so fahre. Mit entsprechenden Abkürzungen durchs Grün. Habe ich schon mal gesagt, dass Motorradfahren geil ist? Ich glaube schon. Vor allem wenn du halt so fahren kannst. Ohne grosse Rücksicht. Ist ja egal, wenn man... Oh, das war aber eine Karre. Ist ja egal, wenn man stirbt, kostet es 5000 Dollar. Die haben wir. Das wäre schon auch irgendwie angenehm. Das Problem ist einfach, wenn das in der Realität auch so wäre, es würde einen grausamten Vorsichtig werden lassen. Und man vergisst dann dabei vielleicht, dass das auch einfach nur wehtun kann. Schmerz ist ein Schmerz. Da kannst du zahlen, was du willst. Wenn es wehtut, tut es weh. So, aber wir schweifen uns Philosophische ab. Da unten ist noch ein D, ein Grünes. Wenn ich jetzt auswendig wüsste, welche Farbe... Eigentlich könnten wir auch zu dem D. Aber jetzt habe ich das L markiert. Ist das L grün? Nicht, dass wir jetzt hier wieder... Doch, es ist. Jetzt zieht er den Helm auf. Okay. Nicht, dass wir hier wieder zur falschen Farbe fahren. Beziehungsweise zur richtigen Farbe mit dem falschen Charakter. Doch, das kennt man ja. Ist halt, wenn er den Helm auf hat, dann hat es hier gleich so ein... Ja, so ein... Sonnenbrilleneffekt. Finde ich fast ein bisschen schade. Ich finde die... Unverfälschte Optik... Fast schöner. Kann ich den runter? Hat er sich hingelegt? Das möchte ich schnell gucken. Irgendwas hat gerumst. Ne. Da liegt keiner. Da steht er ja noch. Boom. Ja. Schubsen kann man. Viel mehr geht nicht. Interessant ist, dass die nicht... Ich meine, in der Gegend hier, in der Stadt, da würde doch so einer relativ schnell wahrscheinlich die Waffe ziehen. Wenn so etwas passiert. Wo müssen wir hin? Hier hinten hin. Oh, da klingelt es. Okay, das ist wieder so ein Telefon-Ding. Das wird wieder ein Attentat sein oder irgend sowas. It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Benelli. Mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way on the half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now and Gold Coast development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Ha, anyone think you'd done this before? According to Benellis Cellphone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli is expecting a hit. Watch yourself and go equipped. He'll have a lot of muscle. Okay, das klingt doch nach Spass. Viele Leute und Herrn Bonelli nerven. Wir gehen mal. Ist das markiert? Jawohl. Ordentlich Motorräder hier in der Gegend. Ist das weit weg? Ich konnte jetzt gar nicht gucken. Aber das ist eigentlich egal. Wir haben ein schnelles Motorrad. Ach, das ist wahrscheinlich nicht mal wirklich elend weit weg. Wir werden es gleich rausnehmen. Okay, Baustelle. Viele Leute. Da müssen wir gucken. Eigentlich ausgerüstet müssten wir sein. Das ist ja eh schon hier vorne. Okay. Äh. Jetzt ist es genau auf der anderen Seite. Das ist ja perfekt. Hier. Okay. Reißen. Das war dann wohl Herr Bonelli. Geh aufs Dach. Zu Befehl. Ähm. Ja. Helm abziehen. Genau. Eigentlich ist es. Ach so. Hier hinten. Jetzt ist es wieder auf der anderen Seite. Die jagen einen hier. Querfeld ein. Das ist nicht Herr Bonelli. Das ist jemand anderes. Okay. Das ist schon mal nicht wirklich. Also entweder machen wir das mit roher Gewalt. Ich fürchte fast ein bisschen darauf. läuft es schlussendlich raus. Oder wir gucken, ob wir einen anderen Eingang finden. Machen wir mal. Da ist sowieso der gelbe Punkt ist jetzt da hinten. Da müssen wir sowieso also da hin. Das hätte jetzt nicht viel gebracht. Aha. Wenn wir den umgenietet hätten. Wahrscheinlich werden wir den umnieten müssen. Hallo. Hallo. Bringt das was? Ja wir kommen rüber würden wir kommen. Oder wir warten mal bis er geht. Ach so. Da ist ein Lift. Okay. Mit dem Lift kommen wir hoch. Der geht in dem Sinn nicht. Also nicht wie man gehen würde wenn man haben wir irgendwas mit Schaldämpfer. Ich versuche das einfach mal. Das hat aber keinen Schaldämpfer drauf. Ja jetzt haben wir lauter Feinde. Okay das war dann vielleicht doch nicht ganz so clever. Und ich komme da nicht rüber. Das kann ja nur ein Wild sein. Da brauche ich was anderes. Nämlich das hier. Ah jetzt komme ich aber rein. Das ist schon eine coole Waffe. Aber es braucht ein bisschen viel oh ein bisschen viel Munition wollte ich gerade sagen. Nein 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 nicht wieder die hier. Nein 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 nein. Die hier die hier. Ja gleich sind wir tot. Los war ich hier. Irgendwie ist das mit der hohen Gewalt eben vielleicht doch nicht äh die finale Lösung. Sondern ja aber der steht halt da. Wie sollen wir denn da sonst reinkommen? Ich gehe aufs Dach. Okay wir gehen mal in die andere Richtung. Der gelbe Punkt ist da hinten. An dem kommen wir nicht vorbei. Der reklamiert sowieso. Ja ich gehe ja hallo guter Mann. Ich gehe ja nicht mal auf euer Areal. ich laufe ja nur aussen rum. Ich gucke ja nur. Ich schaue nur mal. Da steht auch so ein Kerl. Okay hier kommen wir also auch nicht rein. Auch nur mit Gewalt. Wenn wir den erschießen. Da sind überall Feinde. Und so wie es aussieht müssen wir halt zu dem Lift kommen da hinten. Guten Tag. Aber irgendwie wundere ich mich gerade ein bisschen. Ich habe doch eigentlich Schallwerfer Schallwerfer Schalldämpfer gekauft. Warum haben wir die denn hier nirgends? Okay das Ding hat einen Schallwerfer. Ein Schallwerfer. Was ist ein Schallwerfer? Das Ding hat auch einen Schalldämpfer. Geht es mit einem Schalldämpfer? Das geht. Gut. Dann kommen wir jetzt hier mal rauf. Wir müssen mal gucken. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Das war mit Schalldämpfer. Das kann doch nicht wahr sein, dass die jetzt hier trotzdem kommen. Ah der war nicht tot. Okay. Von wo? Von wo? Von wo? Ach was da. Übertreib mal nicht. Wir gehen mal hier durch. Ich glaube nicht dass das die Lösung ist. das kann nicht sein. Sonst müssen wir halt alle kalt machen. Äh. Und dann kommen wir rauf. Oh das sieht schlecht aus. Bisschen warten bis hier die Konstitution wieder rauf geht. Also die Gesundheit. Wo ist der denn? Da hinten. Jetzt verschwindet er gerade. Wenn es nur noch der eine ist. Okay. Dann haben wir das Problem gelöst. Dann können wir nachher in Ruhelift fahren. Da hinten. Jetzt habe ich ihn gerade gesehen. Ah ah ah. Er uns auch. Oh da kommen noch mehr. So viel zum Thema. Shit. Moment. Nein nein nein. Das ist irgendwie nicht gut was ich hier mache. da. 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 Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist immer noch der gleiche. Okay. Okay. Haben wir alle. Ja gut. Wir haben noch ein zweites und drittes Stockwerk. Vielleicht kommen da ja noch welche. Das kann doch auch gut sein. Ich wüsste es jetzt gerade nicht. Da ist auch noch einer. Mist. So viel zum Thema. Zu ganz. Wer röchelt denn da? Hier wird nicht geröchelt. Zu ganz haben wir es dann doch noch nicht geschafft. Ich sehe den nicht. Der ist wieder gut versteckt hier. Nein nein nein. Das meint ihr nur. Das ist nicht where it ends sondern where it begins. Da haben wir eine Grube. Ein Loch. Oh da oben. Im Lift drin. Die sind aber auch stabil. Heiliges bisschen. Okay. Den haben wir auch. Wir müssen eh zu dem Lift. Von daher. Wie sieht es mit unserer Gesundheit aus? Soweit okay. Wo ist denn der? Uns. Er sieht uns und wir sehen ihn nicht. Das ist ja dann irgendwie dann doch ein bisschen unfair. Es sind schon zwei. Geht das hier noch auf Zeit oder? Da sind noch mehr. Ei, 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 ei. Wo sind die denn? Wo sind die denn? Weiter oben. Ich weiss nicht. Ich gehe mal in den Lift rein. Drücke E. Wir aktivieren. Und wie das rauskommt sehen wir dann in der nächsten Folge. Cliffhanger. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.